Köln ist nicht nur eine Stadt, sondern auch ein Gefühl. Ein Gefühl, das geprägt wird durch die Menschen, die in ihr leben. Sie wollen Lebensqualität in ihrer Umgebung. Köln als Stadt ist ihnen wichtig. Als Wohnort, als Lebensraum, als Zuhause. Mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs entfällt schon heute auf Ballungsgebiete und Großstädte wie Köln. Auch der Ausstoß an Treibhausgasen ist enorm. Ein intelligentes Stadtkonzept, verbunden mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung, ist dringend erforderlich, um für die Menschen den Lebensraum stadtattraktiv zu gestalten. Und das wollen wir jetzt mit Hilfe der Bürger erarbeiten und umsetzen. Innovative Techniken können einen wichtigen Beitrag für ein intelligentes und nachhaltiges Stadtkonzept liefern. Jeder Kölner kann sich davon selbst überzeugen. Mit dem Projekt Smart City Cologne wollen wir die vielfältigen vorhandenen Aktivitäten und Projekte für die Menschen in Köln sichtbar und erlebbar machen. Aber auch neue Technologien zur Energieeinsparung und zur Energieeffizienz wollen wir im Rahmen dieser Aktivität testen. Smart City Cologne setzt sich aus verschiedenen Projekten zusammen. Alle haben unterschiedliche Inhalte, aber ein Ziel, den Umgang mit der Energie präsent zu machen. Die Kölner werden sehen können, was mit der Energie in der Stadt geschieht, woher sie kommt, wohin sie fließt. Zu den innovativen Projekten gehören Die Neusser Straße wird künftig zur Klimastraße. Ship to Grid – die Schiffe beziehen ihren Strom von Land. Celsius – das heißt Abwasserwärme dient zur Wärmeversorgung. Altbausanierung spart Energie. Energiemanagement – jederzeit Kontrolle über den Verbrauch. E-Mobilität – wann und wo ergibt sie Sinn. Photovoltaik – Green IT – Kommunikationsmittel mit Nachhaltigkeit. Und das ist erst der Anfang. Smart City Cologne ist eine Initiative der Stadt Köln und der Rhein Energie AG. Eine Plattform für alle, die die Zukunft der Stadt mitgestalten wollen. Aktivitäten und Möglichkeiten im Umgang mit Energien werden präsent gemacht. Und die Kölner können mitreden. So wird Smart City Cologne zu einem guten Gefühl. Köln ist eine innovative Stadt. Wir machen uns jetzt auf den Weg, auch für die Zukunft, unsere Stadt lebendig und lebenswert und komfortabel zu gestalten. Das schaffen wir nur gemeinsam. Machen Sie mit! Machen Sie mit! Machen Sie mit!